Diese Studenten an einer Universität in den USA sind schockiert. Ihre Gesichter spiegeln Angst, Entsetzen und Tränen ab. Einigen wird übel, andere verlieren sogar das Bewusstsein bei so einem Anblick. Hierbei handelt es sich um einen Vortrag für ein Erstsemester im Medizinstudium, bei dem ein Video zur Durchführung eines Kaiserschnitts gezeigt wurde.